geh doch bitte weg ich möchte dein kuscheliges fällen eigentlich wollen wir das gar nicht aber wir müssen was hast du vor du kleiner kuschel bär wer ist dort wir können mich speichern aber ich habe ihn doch ausgerichtet und jetzt haben wir jetzt den speer immer noch ich habe das gefühl das ist super unnötig schwierig das ist unnötig schwierig und ich weiß nicht warum warum ist das so schwierig jetzt muss er mich ja nur noch einmal angreifen und dann war es das ja auch schon wieder ich verstehe nicht wie ich das schaffen soll schnell weg ach hier ist noch ein rucksack okay schmerzen muss er hier jetzt vielleicht sterben es ist auch auf jeden fall behandeln können wir uns verbannt machen können wir uns verbannt machen und wir können uns verbinden schmerzen wir brauchen schmerzmittel sehr gut ich weiß nicht wie ich das noch schneller machen soll oh mein gott oh mein gott oh mein gott ja ja bitte ja bitte lass lass ihn lass ihn gehen oh mein gott wir haben es geschafft und wir brauchen unbedingt so eine spritze energie schmerzmittel energie schmerzmittel ich wollte dich nicht töten aber diese neue welt macht uns alle zu mördern wir haben es geschafft wir haben es geschafft o m f g ach du scheiße hey ich bin ich bin ne das war die schwierigste Aufgabe meines Lebens was stimmt denn nicht mit dem haben wir gut gemacht na immerhin ach du erschuldigung ich bin gerade ich habe die Frequenz schon eingestellt du musst nur noch auf Anrufen drücken und auf das Beste hoffen mal schauen so nö nö ja machen wir nicht alles oder nichts hier ist Mühle bitte kommen hallo ist da ist da Funkstation Ausdauermühe Hilfe Quarantäne Arzt tut uns leid Jeremiah das war meine einzige Chance einzige Chance wofür du musst deine Freundin finden und auch ich muss jemanden erreichen das war meine einzige Chance finden einfach ein anderes Funkgerät oder wir reparieren das ich hole neue Teile ja hierzu der Bär nicht mehr da ist easy mhm was muss ich tun du musst dir eine Nachricht für mich zustellen es ist wichtig bitte tue es für mich Mackenzie es wird Wochen dauern bis ich wieder so weit bin äh so weit reisen kann du verstehst nicht du verstehst nicht was auf uns zukommt Mackenzie du musst meine Nachricht überbringen ansonsten ist alles andere unwichtig ok Jeremiah ich überbringe eine Nachricht es ist nur ein kleiner Umweg für dich auf dem Weg nach Ausdauermühle kleiner Umweg der dir verändern kann vielleicht sogar alles ich höre gehe zu Kater Staudamm du wirst eine alte Fahr den Leuchten könnte das klappen gehe durch Kater Staudamm unteren Teil press auf ja ich weiß es ist instabil genau gehe durch den Staudamm und auf der anderen Seite wieder raus dort führt ein Weg zum Funk da gibt es ein altes Funkgerät des Wetterdienstes damit solltest du sie erreichen können wen erreichen können ich gebe dir die Frequenz fragt nach Antwood Antwood und wie lautet die Nachricht Winter Mute Mute Wintermute das war's Antwood weiß schon was es bedeutet weil du das getan hast Folge der Straße weiter nach Norden irgendwann kommst du nach Ausdauermühle Joachim